Ja, ihr Lieben, also, da bin ich wieder. Es hat sich, wir sind an einer Zeit, jeden Tag ändert sich etwas. Und zwar so, dass man es kaum ertragen kann. Also ich will mal zeigen, dass ich eigentlich vorbereitet bin. Hier, ich wollte Kafka vorlesen, die Verwandlung. Ich habe nochmal gemogelt im Literaturwissen, was ich nochmal sage und was nicht. Für die Neunte, draußen wartet die Welt, alles super. Aber Zeitschriften, Tipps, Geo, alles liegt bereit. Und trotzdem muss ich euch sagen, ich werde darüber erst im nächsten Video berichten. Also wir fangen erst später mit dem Kafka an. Ich hatte einen so bescheidenen Tag. Ich bin ja jetzt im Fernsehen. In der Schule hätte ich jetzt mal kurz gesagt, er war kacke. Aber das ist ja jetzt ewig in diesen Annalen des YouTubes. Also sage ich nur, der Tag war bescheiden. Und ich möchte es kurz mal loswerden. Um, wann war denn das? Also, viertel von neun klingelt es an der Tür. Ich habe nichts bei Amazon bestellt. Ja, und normalerweise bin ich nie zu dieser Uhrzeit zu Hause. Also, man denkt ja sofort an die Einbrecher, aber die klingeln nicht. Ich habe also durch die Tür, also erstmal habe ich in dieses Sprachrohr gedrückt. Und dann festgestellt, dass da ist ja keiner mehr. Und dann wurde an meiner Tür geklingelt. Dann habe ich die Tür zugelassen. Wer weiß, was dahinter ist. Und habe dann gefragt, ja, hallo, was kann ich für Sie tun? Und dann kamen auf der anderen Seite, ich würde sagen, es waren zwei Personen, eine männliche und eine weibliche Stimme. Wir möchten mit Ihnen über Gott sprechen. Und dann dachte ich mir, super. Sonst hat man nie für sowas Zeit. Wer möchte schon, also außer im Ethikkurs und dann auch mit Fragezeichen. Also jedenfalls, ich gleich so. Sie bleiben hinter der Tür. Ich hole mir einen Stuhl. Und dann können wir die ganze Zeit über Gott sprechen. Ich habe nichts zu tun, außer mir meine Beiträge für die Schule durch auszudenken. Und dann saß ich, habe ich mal so einen Stuhl geholt. Und saß hinter meiner verschlossenen Tür. Corona-Schutz. Und freute mich dann darauf, über Gott zu sprechen. Dann sagte die männliche Stimme, der Weltuntergang naht. Dann sagte ich, eigentlich gefällt mir der Teil, den wir vorher gesagt hatten, wir sprechen ein bisschen über Gott besser. Es ist jetzt, finde ich, jetzt irgendwie nicht die Zeit, über den Weltuntergang zu sprechen. Dann wurde mir gesagt, durch die Tür, alle Menschen haben so in Sünde gelebt, dass Gott den Virus geschickt hat. Dann habe ich durch die Tür gesagt, ich bin schwul. Ich dachte, das könnte jetzt die Debatte aufheitern und wir würden über etwas anderes sprechen, als über den letzten Tag und das Amargeddon. Dann hörte ich ganz kurz, wie es flüsterte vor der Tür. Und auf einmal war Stille. Dann habe ich die Tür einen Spalt aufgemacht. Und die waren weg. Ich habe sie nur noch gehört, wie sie die Treppe runtergelaufen sind. Dann bin ich raus und habe hinterhergerufen. Sie wollten mit mir über Gott sprechen. Warum machen sie es nicht? So begann mein Tag. Ich hätte Kapazität, mit vielen Leuten zu sprechen. Ich hatte die Menschen an der Tür, die mit mir über Gott sprechen wollten. Und jetzt habe ich herausgefunden, wie man erreicht, dass die dann wieder weggehen. Aber heute hätte ich sie gerne da behalten. Mein Mann ist in der Arbeit. Die ganze Zeit kommen die tollen Nachrichten. Ihr werdet sie auch gehört haben. Rhein-Katastrophen-Fall in Bayern. Am Mittwoch macht alles zu. Jeder, der kann, soll nicht mehr draußen rumlaufen. Kontakte meiden. Ich brauche es nicht alles wiederzugeben. Ja. Dann bin ich ins Bad. Dann habe ich gemerkt, dass wir kein Klopapier mehr haben. Es soll ja noch Leute gegeben haben, die nicht alle Pakete gekauft haben. Küchenrolle geht auch. Also habe ich mich noch mal rausgewagt. Beim Bäcker ein Brötchen gekauft. Und zwei große Pakete Taschentücher. Klopapiersache. Ja. Das war der Tag eigentlich bisher, oder? Ach ja, genau. Und dann habe ich die Pressekonferenz noch im Fernsehen gesehen, in der der Ministerpräsident Söder den Katastrophenfall für Bayern erklärt. Eigentlich freue ich mich schon auf das nächste Video. Denn bei dieser Ereignisdichte, irgendwann ist halt genug Katastrophe. Irgendwann kann ich dann einfach über Kafka sprechen. Und über Draußen wartet die Welt. Und über den Surrealismus. Denn es kommt mir alles unglaublich surreal vor. Also diejenigen von euch, die Künstler, ihr wisst, wen ich meine. Googelt mal oder schaut mal in eure Unterlagen. Veristischer Surrealismus. Salvador Dalí. Könnt ihr gleich wiederholen. Ganz toller Künstler. Die Werke, alle einzelnen Objekte sehen total real aus, wie in einer Realität. Aber die Komposition lässt eine surreale, eine unwirkliche Welt erscheinen. So kommt es mir vor. Jeder einzelne Gegenstand, alles was ich sehe, ist so wie ich es kenne, exakt, rational, greifbar und da. Und durch diese unbekannte, unsichtbare Bedrohung oder Situation ist alles in einen unwirklichen Albtraum hinein versetzt. Also wer Kunst wiederholen will in diesen Tagen und es sich gut merken will, sollte mit Surrealismus anfangen. Dalí, juristisch. Im Vergleich dazu Jean Miró, abstrakt. Das ist jetzt hier nicht so. Die Form erkennt man nicht mehr. Aber den Namen müsst ihr trotzdem kennen für die Prüfung. Und das, was die da teilweise gemalt und gezeichnet haben, erleben wir gerade so ein bisschen am eigenen Leib. Ach, also hätte es doch in der Kunst bleiben können. Ja. Also wie gesagt, was sonst? Ah ja, ich nehme mir noch ein paar Tipps auf. Also, ich danke, sagen wir mal anonymisiert, dem Schüler Michael Lusert für den freundlichen Hinweis, dass ich die Kamera etwas höher stellen soll, dass man mein Doppelkinn nicht so sehen soll. Vielen Dank. Ich arbeite jetzt in einem zweiten Prozess daran, mir für so eine Hinderniskiste hochzubauen, dass dann diese Kamera vom Handy ein bisschen weniger ungünstig mir ins Gesicht scheint. Dann habe ich den Hinweis wahrgenommen oder aufgenommen, dass man vielleicht nicht so unrasiert sein sollte. Bei dieser Gelegenheit habe ich dann zwei Pickel gefunden. Auch dafür vielen Dank. Sonst verdirbt es mich schon den Tag, wenn ich eine neue Falte sehe. Aber das eine kann ich nicht verhindern. Jetzt bin ich für immer bei YouTube mit diesem Pickel zu sehen. Da hinten habe ich noch eins. Jetzt habe ich ja die letzten Tage verstanden, was eine exponentielle Funktion ist. Wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, sehe ich in zehn Tagen aus wie eine Höckerstrecke und in 20 wie ein Streuselkuchen. Also, man merkt, der Stress geht auch nicht spurlos an mir vorbei. Ich habe zwei Pickel bekommen. Wenn das so weitergeht, kriege ich vielleicht noch ein graues Haar. Was können wir noch Gutes am Ende sagen? Außer, dass es bald Kafka gibt und draußen wartet die Welt. Bei der Taschentücherkaufaktion habe ich mir eine Kleinigkeit gekauft. Ihr sollt ja immer euch gesund ernähren und in der Menge, in der ich das esse, oder das werdet ihr jetzt bitte zu Moorrüben, Salat und Müsli greifen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.